Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Wir sind am letzten Tag, wo wir in diesem wunderschönen Zuhause in der Wüste sein können, weil die Polizei ist uns auf den Fersen. Es wäre witzig, dass wir mit Daniel wieder auf dem Weg mit Daniel sein. Genau. Nach all dieser Zeit in der Gemeinde. Ja. Deshalb müssen wir weiter. Ich wundere, wo David diesen Polizistikantrag bekommen hat. Okay. Wie funktioniert das Ding? Ähm, okay. Wir müssen zwischen 140 und 160 suchen. Ich hoffe, du hast einen herzlichen Morgen auf Stringquartett. Ähm, nein. Okay, das ist was anderes. So. Schauen wir mal. Ah, da ist noch was. So. Das sind Sound like Cops. Ja. Hier wie im Wetterbericht. Da war noch was. Das sehe ich auch so. So, was haben wir da? 136. 136. Lassen Sie mich. Wir haben Berichte von 1010. Warte. Ist das alles? Sam's? Ah, scheiße. Jetzt können wir auf den Körnern all den Weg nach Mexiko. Oder ich bin... Dankeschön, David. Du großartig. Rabel. Ja, sehr cool. Danke. Oh, eine Karte. Oh, eine Karte. No surprises on your way to the border. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Hm. Sure. Think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. I don't mean to order you around. That habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. When our town was destroyed by that hurricane. My stepdaughter and her friend were among the only survivors. We lost everyone else. Jeez. I'm sorry. I used to hate them for running away. They hit the road straight away. Never to look back. While I was trying to rebuild. Did you stay in touch? Do you get along now? Yeah. Took me a while to acknowledge the past was the past and move on like they did. But once I realized that, I reached out to them and we made peace with each other. They stayed here for a while. It felt good to connect with my daughter at last. You guys remind me of them in a way. And I don't want to fuck things up this time. Sean, I'm going to do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys got screwed. That you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So, I know you're on the right path. Oh, sorry. I really have to take this. Hey, sweetie. What's up? Oh, shit. I told you, New Yorkers were assholes. Okay, old girl. Let's check you out. One last time. Karen, I find das voll toll, dass du das so toll machst, ja, alles. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. I didn't know, you were such a gearhead. Oh, Sean. This is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was. But I got some solid skills. I have to. Out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen. Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. He said growing up there was hard. But he loved it. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean. You're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running. Of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming. And we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. Um, yeah. Genau. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equal. And you guys are going to have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out. Like you always do. Okay. Better get back to my tune-up. Alright. I'll make one last round before leaving. Ja stimmt, wir sollten uns auf jeden Fall von den Leuten noch verabschieden. Oh, die sind so nett. Die begrüßen uns immer von der Ferne schon. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well shit. Wish you and Daniel could stay longer. Thanks. But the sooner we cross the border, the better. No worries. No worries? Bullshit. That's all we're going to do until you make it. We will. Thanks to you. And everyone here. You gave us a place to breathe. Sean. I won't drag the sound and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit. Right? No worries. I'm glad this place will be our last U.S. memory. You and your little brother will always have friends here and a home. Okay. I'm done babbling. I just hate goodbyes. Guys, I know you're both going to have a great life in Mexico. You better. Uh, we, we're going to make it work. Shit. I'm going to miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Oh, die beiden sind richtig nett. So, okay. So. Bitte, bitte nicht, die Leute kommen, um uns hier zu suchen. Ich weiß nicht. Komm, bitte. Komm, bitte. Komm, bitte. Wir haben das Gespräch gestört. Das tut mir leid, Daniel. Hey, was ist passiert? Hm, ähm, ich habe einen Blick auf dieses Baby mit Hinsicht. Also, was denkst du? Ja, ich finde, es sieht cool aus, ne? Sieht sehr cool. Ich kann total wissen, was du machst. Oh, gut. Das macht uns einen von uns. Aber ich mag es. Of course. Du und Daniel. Du hast mich inspiriert. Ich liebe es. So, ihr seid jetzt weg? Ja, ich wollte nur sagen, okay. Das ist schön. Du bist so süß. Wir brauchen ein bisschen was, um ihn zu erinnern, um den Artisten zu erinnern. Hm. Wicke. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, für alles. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Ist es okay, wenn ich ein bisschen lange hänge? Wenn es es okay ist, mit ihr. Oh, sind Sie schuldig? Ich brauche mehr Hilfe. So lange, Sean. Sei nicht ein Dränger. Ich vermisse dich so viel, Joanne. So. Also, wir müssen Away verlassen. Daniel, hast du verstanden? Es ist Zeit, um es abzuwenden. Beide gleich da. Über. Also, hast du getestet, zu Away sagen? Ja. Kindlich schade. Ich weiß. Sind wir noch nicht verlassen? Wir müssen und ich weiß. Komm her. Dann materials. Hallo Even. Also, die vor Betrachten. W-BIs cool,FTWer. Das war toll aus, Danny, Schoen. Kann ich sagen. Ich bin numerous froh asthma. Ich verrucke euch unterstützen. Und was du machen. Wenn du 똑같mişst ich mir verברartenJohniate Auto gehen.. Ich höre euch jetzt ... Okay, Mom. Dankeschön. Na gut, Sean, das ist es. Vielen Dank, Ron, für mich da zu sein. Danke, dass Sie mich umarmen lassen, Sean. Lass uns den Weg aufhören. Take care, boys! Stay safe! This hurts. Bye, everybody! Oh, ich sollte mein Notebook vielleicht leise stellen. Habt man jetzt wahrscheinlich gehört. Sorry. Wir sind im emotionalen Moment aufgebrochen quasi. Ja, und wir machen uns weiter auf den Weg nach Mexiko. Und ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen bis zur Grenze. Aber ich befürchte Schlimmes. Hey. Ist etwas falsch? Wir sind fast da, okay? Das ist die letzte Zeit, dass ich das sage. Ich bin nicht interessiert. Also, was ist das Problem? Was... Was werden wir hier in Portolobos machen? Wir wissen nicht jemanden. Wir sind wie bei uns. Stranger. Wie lange können wir dort leben? Wie denkst du, dass wir hier leben können? Nicht mehr zu fahren, Ynano. Also... Was werden wir für Geld und was machen? Ich... habe einen Job, Mann. Es wird nicht schwer sein. Du kannst wahrscheinlich zur Schule gehen... Mann. Ich kann gar nicht Spanisch sprechen. Wie kann ich Freunde machen oder... ...ich kann ich nichts machen, wenn ich nicht sprechen kann? Ja, das schaffen wir schon. Ich werde dir lernen, Mann. Du denkst so? Das ist cool. Du bist in überall, wo wir gehen. Und wir werden auch zusammenhalten. Und wir fahren durch die Wüste. Das Einzige, was wir sehen, sind... ...Strommassage. Und wir fahren durch die Wüste. Das Einzige, was wir sehen, sind... ...Strommassage. ...und die Wüsten, Kakteen und die unendlichen Weiden. Das kann das Produkt sein. Ich kann es auch nicht, wenn ihr seid. Wir werden wiederfinden. Die Wüste, die mögliche sind. Wir werdenld, wie die unterschiedlich ist. Das ist wichtig. Wir werden jetzt sicher. Dann werden wir, was das andere Brötchen. Oh, wir lassen Daniel ein bisschen lenken. Ja, warum nicht? Ich muss eben ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ja, warum nicht? Ah, und hier biegen wir jetzt in die Wüste ein. Oh, wir sind an der Grenze. Wir haben es geschafft. Zumindest bis zur Grenze, das letzte große Hindernis auf unserer Reise. Das sieht so groß aus. Mann, es ist nur ein großartiger Fenster. Außer es bleibt uns nicht. Oh, nein. Ja, weil Aktionen auch Konsequenzen haben. Und wir haben sehr viel getan, was man nicht tut. Ja, aber ob wir es über die Mauer schaffen oder nicht. Sean? Warum würden sie das gebaut? Ja, du weißt, es ist eine Grenze, Mann. Ist da eine Wüste wie das? Im Norden? Nein, nicht wirklich. Also, warum haben sie einen hier gebaut? Ich weiß nicht, Daniel. Das ist so. Ja, das ist Amerika. Gut, also, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.